Unterstützung ist da, doch der Ziegler zur Stelle! Mehr an der Schase beginnt in 30 Sekunden. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit. Du solltest nicht jedes Mal kämpfen, bis der Arzt sitzt. Nee, du gefühlst bin ich das schwarze Taucher cooler. Beim F hier. Okay, irgendwas stimmt doch nicht bei mir. Ja so. Die FPS wären ziemlich weit uner, ja. Ziemlich viel. Ah, jetzt geht's wieder, ja. Danke. Okay, weiter. Wären sie wieder auf 60, ja. Was? Ja, mir packt mein Karpiker heute. Ich fliege da halt so. Da schnüffel, ne? Achso, Wutlaments aber. Wutlaments aber, ne? Wutlaments aber, ne? Wutlaments aber, ne? Du rittst aber schon von Ultra. Ja, ich ritt von Ultra, ja. Ah, gut. Hinter uns. Ja, vor uns oder hinter uns? Inner uns? Was Menschen genau? Ja. Will er, will er sein? Bist du überhaupt noch durch? Nein. Nein, nein. Ich bin jetzt durch, ja. Ja dann. So, wo werd ich gebraucht? Ey, der Han so nervt wie so. Hm, ich brauch was, was schade macht. Die müssen hier, wo ein Teleporter aufstehen haben. Ich nehm nur grad was, was schade macht. Klar, vor allem, alles drumherum. Opa. Ja. Weil... Bitte. Kappt einfach nicht. Ach Gott, der Han so. Gegnerischer Teleporter zerstört. Hat jemand den Arzt gerufen? Ich sie erinnern, macht der Layne auf den Punkt rum. Und lass dich abschlachten. Wie sieht's aus? Ja, ich komm am Han so nicht vorbei. Ich komm am Han so nicht vorbei. Ja, ist auch nicht. So. Ich bin am Han so vorbeigelaufen. Hehehe. Okay. So, lau, die auch vorbei. Ich bin am Han so vorbeigelaufen und war vorbei. Hehehe. Ich krieg die... Wo ist der Teleporter? Oh. Oh. Oh, okay. Oh. 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 Ich wäre jetzt das perfekte Schild gewesen für unser Äpfchen. Du weißt nicht, das ist schon wieder so ein Spiel, wo ich kein Äpfchen sehe, wie Maus. Weil das Äpfchen einfach nach vorne geht und kaputt ist. Oh, 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 okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ey ich verstehe es nicht, es ist nicht, dass der Dolger einfach kein Schaden macht. Ich, ich schiehe so oft auf den Genji, der fällt nicht um. Welter Genji? Äh, auf den Hanzo. Der wird geheilt. Wir haben doch nur einen Heiler. Ja, der heilt ne. Ja. Meine ultimative Fähigkeit ist bereit. 160 Sekunden. Ich hab hier einen Teleporter gefunden. Ich hab der Hanso, Mordenkauer. Oh, die Leber bitte. Ja, und der Teleporter hat sich ohne die Bank geführt. Warte nur, bis der Mordenkaufe taucht irgendwo. Ja, ich weh ned, wo er ist. Wir haben keine Armee. Ah, super. Oh, sag mal. Noch 10 Sekunden. Ach Gott, ne. Ja, der ist zum Ding geswitcht. Ah, jeder hat sich dann da abgewechselt. Und nochmals von vorn. Punktestand. Null. Zu null. Seitenwechsel. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. So, der wird schon mal gemutet. Ach, jeder nimmt da lieber als Soldier. Ja. Ich wache über dich. Ein Strahl abgeben. Ach, Leute. Hach auf. Ach. 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 Wie etwa ist das? Oh, nicht wahr? Aua! Huäh! Neee! Defend Objektiv... Objektiv A. Sie sind da lang gelaufen! No Reshes werden sie nennen, ja. Nö. Das dauert. Die russischlampe schon. Ah, die russischlampe... Ja, die ist auch was, die ist bei mir! Ach, die ist bei mir! Perra von hier ne? Ja, der russischlampe ist noch was. Perra, ja. Oh, da sind mehr darauf, ne rechte Seite. Jetzt, jetzt noch mehr. So, rennt doch keiner den Hypo auf der Seite rum. Hallo, der Roushawk. Warum geht nen Mann hier eigentlich? Jetzt, sie wolle Ulti farmen. Ich hab Ulti schon seit geraumer Zeit. Kann man eher Ultis machen. Ja. So schnell! Taya ist wieder allein durch. Wo soll ich Teleporter hin, schneller? Irgendwo, woraus ich ihn geschützt. Taya ist mit der Aura getroffen, denk ich. Oder durch den Rotograppisch. Oder durch den Rotograppisch. Teleporter online. Das wird unsere Effizienz steigen. Oh fuck. Rotor kommt schon... Ne, Hanso kommt schon durch die Teleporter. Oh. Wo ist er? Hanso da aus. Ja. Ja, die haben Ults. Mit Sicherheit, weil keiner benutzt sie bei der Ne. Da kommt, was Slow. Jo, war schon ein guter Ult bei Funde. Da muss man echt sagen. Ja. Okay. Ist da irgendwas drin? Ja, ich schwörb ja nicht. Ja, ich schwörb ja nicht mehr. Ich bin der Team heute irgendwo. Danke für die Seinung. Oh, äh. Hehehe. Ach, shit, der Hansa hat mich. Rechts in dem Raum sind sie wieder drin. Und da... Ja, genau. Die kommen, die kommen über der... Die Erhöhung da rechts, wer ist denn das? Keine Ahnung. Genji hat den Philippa da. Verdammt. Ja, ich bin schon weggelaufen. Hey, du warst doch der Roadhog, wo du gejagert hast. Ja, ich weiß, aber... Allein habe ich noch nicht gekriegt. Das ist der Genji. Oh, so schlapp ist da oben rechts. Ja, man schützt. Ja. Der Genji ist nach hinten. Ja. Ob man irgendjemand den Genji wegmachen will. Farrah auf dem Punkt. Noch nicht auf dem Punkt, aber vor dem Punkt. Jetzt aber auf dem Punkt. Farrah auf dem Punkt, danke. Russen-Schlampe kommt wieder... Hallo, Russen-Schlampe. Dann muss ich Nuller, das kann ja Sinn. Hütten. Oh, der Hanzo. Ist was gestorben. Hm? Was? Links oben, ist was gestorben. Genji läuft links oben. Ja, da ist der Roadhog. Abner. Oh, der Roadhog da oben, ja, okay. Verkommt der Drache, unmotivierterweise. Verkommt sowas unmotivierterweise. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Wiederbeleben, wiederbeleben. Oh. Oh, fuck. Was denn, wir haben Molten-Kore? Oh, hallo. Hallo. Danke. Huah. Unentschieden. E-Sports. Abgeschlossen. E-Sports! Sind beide Teams unfähig? E-Sport. Ja, jetzt kommen die E-Sports, die Cointos. Ist das gut oder schlecht für uns? Willst du mir verteidigt oder? Okay, dann haben wir gewonnen. Verteidigungsstellung. Gewonnen. Erste Mod in deinem Leben, oder? Ja, ne, wir haben verloren, die Greifer auch. Ja, aber... Ach, du drehst gerade so rum wie du es brauchst, kann das nicht? Ne, ne, A greifer ist immer besser. Selbst wenn wir jetzt gerade, wir haben gerade zwar verteidigt, 6 Minuten. Aber, A greifer ist trotzdem immer besser und gewinnt immer. Ja, takes the same team in direct wealth. Ich wache über dich. Worauf warten wir noch? Danke. Ule, ule, ule? Ist das neue Technik? Neue Technik? Kannst du jetzt schon retten, während du das machst. Ule, ule, ule. Anstrengreifer in 30 Sekunden erwartet. Das ist gerade mit dem Ofis-Geschutz, danke. Ach, Leute! Ich hänge aber die Lötkolbe wieder an dieselbe Stelle. Ja, ich denke, wir werden wieder Saja nehmen. Wenn wir nicht zusammenstehen, müsste es eigentlich okay sein. Wo genau sind die Lötkolbe? Ich fahre nur über dem großen Tor erst mal. Zwei stecken an die Seite. An die Dier, falls ich es Backstabbe. Und einer kommt jetzt auch noch da. Da kommt wieder der Rotog ohne Reinhard diesmal. Ja. 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 Kannst du schnell Ult fahren und dem Motto am Reinhard. Rotog kommt links durch. Ja. Der Reaper ist schon ein Westerseer. Ja. Der Reaper hat er schon. Warum hast du schon Ult an deine? Oh, da ist noch einer. Ja, ich mach da doch eins. Wo? Ah ja. Ah ja. Ja, ich sehe ihn. Ja. Ja. Ja, er geht an den Teleporter. Ja. Rotog hat mich gekillt und ich habe jene gekillt. Ich bin jetzt irgendwie allein. Hehehe. Oh. Haben wir Teleporter noch? Ja, Teleporter steht oben, wenn du die übergekillt willst. Ja. Teleporter steht oben. Ja. Aber die kommen nicht, oder? Ja. Jawoll. Die Turrets sind echt so gut. In dem Modus da unten hatten wir. Was war Turret? Ah, die zum Metra Turrets. Und das Turret? Ja, wenn dein Turret steht, dann ist es auch gut in dem Modus. Ja, das hat da unten gestanden. So, He-Light da unten. Reaper. Reaper, Auge drauf. Vorsicht. Er ist tot. Ratza ist tot. So nett. Rotog. So nett. So nett. Noch mehr? Jawoll. Boah. Okay. Ey, der erste ist dann der, wo wir gewonnen haben. Also ich wusste mir nichts. Ich kann mich an noch einen erinnern. Du warst nämlich A genau umgekehrt. Du mussten mal weiter heilig und haben gewonnen. Ja, das war halt gut, dass ich Reinhard gewechselt habe. Wow. Weil der RANDOM DESTROYS THE PLAN. Wow. Pokémon. Jep. Komm mit Jaxi wieder. Ja. Ey, ich bin... Ich bin hier am Wochenend auf Kon. Das ist hier LARP. Also... ...PandacyCon. Normalerweise stellt... ...Live-Handys... Ach so, ist das mit später. Ja, mit der Kummi später. Ja, mit der Kummi später. Und normal stellt jeder sein Handy komplett aus und... ...hier da... ...keine modernen Sachen. Ja, es sind hier... ...ja, es sind hier auf so'n 75 Quadrathektar große... ...Gebiet. Hm. Ich will nicht wissen, wie sie mit dem Handy rumlaufen heute. Ah, ja. Autohalterung. Autohalterung? Ja, für dieses Telefon. Damit ich dann während dem Autofahren... ...diese Pokémon packen kann. Ach so. Jo, ist wirklich. Jo. Zu spät. Ich würde die jetzt bestellen. Hm, na. Du kannst gerne drauf befestigen... ...aber die Hände bleiben während der Fahrt weg. Ok. Ja gut. Ich versuch's. Noch 20 Gold für den nächsten Legendary-Skin. Ich weiß nur noch nicht, was ich mal hol. Und wenn du mal sagst, dass... ...dass während der Fahrt was gefangen hast, dann geh ich zu der Polizei. Ja. Und sah das deine. Und dann lachen sie mich aus. Oh. Ja, aber ich wär eher dafür, dass du nur Start trickst. Ach so. Ja, da war was. Ja, da ist was. Genau. Perfekt. Ich hab eine gefunden. Die kann man an die Lüftung machen. Das heißt, sie ist näher an mir. Weil wenn sie an der Scheibe ist, muss ich mich so... ...strecke. Jo. Dann könnte man's siehe. Jo. Oh, bei mir gibt's kein Pokémon. Das gibt's doch nicht. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Jo, bei mir auch nicht. Naja, bei mir ist im Moment Arkans. Du bist eigentlich nur an diesen Eisweiler ein bisschen rumlaufen. Nee, bei ihm gibt's das Spiel nicht. Ja, irgendwie... Bei mir, wo ich vorhin gelaufen bin, sind irgendwo Blätter aufgewirbelt. Boah, und alles Nächtliche. Wo ich gemeint hab, das sind Pokémon. Ja, da hab ich bei irgendjemand Fremdes mit dem Garde gestanden. So. Okay, hier bin ich falsch. Oh. Nee, du bist ja genau richtig. Der Tod ist unterbar. Die, die, die. Heute sind wir alle zusammen. Also ich, äh... Oh, Attack. Oh. Jo, geh da oben, der Obter. Nee, King of the Hill. Net Attack. Ja, probier das mal mit dem Baldo aus. Mit dem Asketballkorb. So. 4, 4, 3, 2, 1 Unde 8 , nemen Sie sich mal rein. 4, 1, 2, 1, 1 Unde 8, nehmen Sie sich mal rein. Ollo. 3G Ha! Vielleicht mehr Tanks?? Ich, die. Switchshot denk ich? Wenn ich stirb. Das Kraut, wei! So, so, wei! The турee. Uhh, Hilo Munich. Geil, ja. Das ist der Mandнов. Ja, mach gerügt. Wir müssen was gehen, die Farrah haben, wir brauchen mehr Tanks. Ah, die Farrah haben wir was, okay. Ich will dann mal, die Fetter. Gerne rein, dass ich so weit gibt, kann ich nicht viel bringen. Auuuuaaaaaa Danke. Ich kann nichts machen, die Tracer. Ja, die Tracer ist nervig. Wir nehmen was, was geht, die Tracer gut ist, anders kommen wir nicht mehr vorne. Auf die Zerstörungsgrad. Ja, lag. Ja, gut. Peng Spiele bringt nichts, wenn man nicht noch einer kann. Weil ich bin instant tot. Ja, ich kann nicht wirklich für die Healer. Ich bin schon dreimal nach vorne gelaufen, 0 zu 3. Ohne Schade zu machen. Ja, 0 zu 2 bei mir. Da ist so. Ich bin schon! Stumpe Nein, du kannst Stich C 20 Meter von ihm wegstumpe Ok Ich bin leider nicht so skated Einfach eine Taste rumhämmen, dann klappt das schon Uh, und trefft sie mich in der Luft Was ist los? Ja Die Pharah ist in der Luft und trefft mich in der Luft Macht das Sinn? Ja Das macht Sinn Ja, schon Eigentlich schon Ja gut Warum soll sie dich nicht treffen? Jo Darum Weil ich fliehe Ich fliehe Ja, das möchte ich aber nicht in der Luft, oder? Doch Hoch und runter Jo, aber Es ist ziemlich easy zu treffen Uh, das Reinert, der will mich bestimmt charge Echt? Ne, passt nicht Ja Der Bulls, wie sieht es bei euch aus? Flammen hier? Oder es hat der Reaper gerade alles geplatzt? Vielleicht doch Nö, wir leben nur alle Ich platz noch ein bisschen in der Reaper so Hoffentlich Hoffentlich Ja Die Pharah muss sterbe Hürten Töten Und die Reaper Töten 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 Er . Geht's da nicht los. Nein! Die müssen es, nein die haben es. Die müssen es kriegen. Oh, die haben es aber. Ja. Nein, 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 nicht allein. Haben sie es jetzt auch? Die Farrah, die haben die Farrah vorbeigefloppt. Hä? Dann hat Herat vorbei, Floh. Direkt nebenan. Entschuldigung, ich kann nicht alles machen. Ääääh. Ich bin der Kanächtestipp. Auf die Punkt, auf die Punkt. Das wir nicht verlieren, oder? Herat hinter uns, alle weggestummt. Oh. Schittert gleich zur Rückkehr. Ah ok. Also 4 Kills sind awesome. Ja, Sybil ist Gold. Aber das Sybil ist halt A, nur Amo ist Gegner-Team. Ja. Zeigt ihnen, was wir drauf haben! Winston, hier! 5, 4, 3, 2, 1, Runde, 2! Loser! Und ich flieg, flieg, flieg wie ein... Flieger! Flieger und ich... ...tanz... ...neinfalls schwimm... ...wimm... ...wimm wie ein Schwimmer! Karam ist mal Töte, danke. Nämme Solcher. Nun reg' ich mich die ganze Zeit auf. Also nicht one-shotted. Oh! Oh! Oh, hier bin ich! Okay, ich bleib, ne? Bleib da, oder stehe! Okay! Ich kann da einfach nicht gehen und... ...Latze lasse! Lachen wir an der Spawn! Wappen muss nichts Leitze sein! Das kann doch ein Spawn! Bleib da! Bleib da! Oh, was machen die die beiden jetzt doch? Komm! Die haben eine Genji dahinter bei uns... ...und... ...ein Tracer. Wir müssen gleich laufen! So einfach nicht! Das Wichtigste ist die Farrah und die Tracer. Jetzt wird's massiv! Stimmt! 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 Oh! 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 Die Scheiße, da war... Oh! Das wird drei Leit! Boah! Wir haben... ...dengue... Bock! Wir haben Bock! Wie sau! Ja! Du hast noch einen Schiff! Oh! 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 Was? Oh! 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 that's so bad! Ah! Schrainer von der Sleiter. Ja. Die Katze. Squad Love Down Ich hab's gerade gemacht, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen Hölt händen Ja, mich hat Heffchen wieder raus Auf Hölt händen! Ja, ich hör's, dass wir jetzt Hölt händen Geht mal Ult nicht so benutzt, das war scheiße Jetzt wird's massiv Dein ichers oder unsers? Unsers Genji ist hier nach uns Von nach uns jetzt Jawoll Ja, Genji hat nicht Die Drahtzer ist Und ins Draht Uah Hab die Drahtzer Weise Ach Jo, der hat ihn schon wieder Neee, nicht okay Neee 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 Ja, aber du Ja, aber du Ja, doch, aber Effchen allein macht das nicht Ja, doch, aber Effchen allein macht das nicht Ja, doch, aber Effchen allein macht das nicht Da Ja 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 Wir müssen uns der Effchen hier Wir müssen uns die Effchen geben Ja Ich bin der EFFchen Ja 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 Ich bin der Effchen neu Unserer! Der Lucio will innen drin fahren nämlich, ja. Ja, der ist wieder auffahren. Oh, die Pharah, die Pharah! Oh, ne, die Pharah rum links, die Pharah kommt links! Mit Ult! Pharah links mit Ult! Töten! Okay. Ja, die Trailer ist runter und die Pharah war in der Luft. Die Pharah war in der Luft, ja, nice, ja. Das zählt. Die Pharah stand, 1 zu 8. Das zählt. Ja, das zählt, nur ne Boto. Ja. Bleib doch gerade bei, die Pharah nervt mich so sehr, dass ich wechseln würde. Ich hoffe, dass alles nicht in die Schusslinie zu laufen ist. Fiesiger Gorillas? Das ist ja wie in den Uralt-Videospielen. Sieht aus, als ob der Avgrat die Lucio's wollt. 3, 2, 1. Lucio! 4, 3. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Ratsa wieder runter, ne? Es kann weitergehen. Die Genji-Squad über uns hat noch Ends. Ich hab' den! 100 Schuss! Ich hab' den 2. Mohl! Ich hab' den 1. Schuss! Genji kommt von oben! Ich hab' den Genji! Ich will ihn weglöten! Irgendwas ist runtergeflogen! Ja! Das müsste Trazer gewesen sein! Hat's da jetzt runtergefallen? Ja, ich hab' den runtergeschubst! Dann hat's ihr eh genutzt, dass er wieder hochkommt! Reinhard und Zaya! Ja! Uuuuuh! Ja! 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 Versuchen wir das nochmal! Ja! 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 Gon fascination! S ich w oğlum! Seid! Oh, die suchen die alle auf den Punkt. Weil die drauf gelaufen sind. Die Pharah. Oh, jetzt haben sie Junkrat. Die Gangplett geht man schon gehörig, ob das da gerade... Äh? Oh, kaputt. Pack ma, pack ma, kein Problem. Komm. Versuchen wir das nochmal. Zieh eine neue Position. Verlängerung. Taktisches Vigier aktiviert. Und nochmal. Jetzt wird er massiert. Boah, leck. Jetzt geht's ab. Töten, töten, töten Töten, 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 So leid, kein Basketball mehr drauf. Alle Systeme, okay. Bereit für den Kampfeinsatz. So leid, kein Basketball mehr drauf. Basketball. Ja geh rein, geh rein, geh! Nein! Wer hat ne weggeschoss? Du Drecksack! Komm her! Ich hau dich! Ich schiebe dich! Der ist so schön gekommen! Ich krieg trotzdem mit Tempo-Boost! Danke! Tempo... Tempo-Boost! Tracer wieder von der Seite! Ja! Tracer kommt jetzt von hinten! Hab'se! Oh! Hopp! Wie kann denn das? Oh, die alle Sniper! Die alle Sniper! Der hat... Der hat auch schon... Sehe ich mal schon mal. Auf dem Ziel steht mein Name! Bring ich's zu Ende! Wenn schon! Das ist das Ende! Das ist das Ende! Das ist das Ende! Okay! Oh! Der hat mich nicht... Oh! Der hat mich doch! Ach! Wie kommt denn der Reinhard hinter uns? Der ist gecharged! Keine Sorge! Das mache ich mit zwei Fingern! Nachdem er sein Ult gemacht hat! Willst du hier eine neue Position? Das sind halt die Map, die sie voll nah gekommen haben! Ja! Rebuff'n rechts! Rebuff'n rechts! Dann sind sie wieder am Spawnraper! Dann nix geht die Sniper machen! Ja! Du bist ja Farrah! Das Rippen geht die Sniper machen! Die snipe dich weg, wenn du in der Luft bist! Ja! Ja! Vor allem die schmeiße dich irgendwie in die Luft und die Sniperin trifft dich dann! Ja! Ja! Die Sniperin ist der Konter überhaupt zu Farrah! Ja! Wohin, die Luft wird zum Schnelltrafen, oder? Ja! Nee, mich hat sie nicht in die Luft geschmissen! Und warum grebst du da nicht, wenn sie dich nicht trifft? Darf du sie dann auch nicht zurückstürst? Ich strebste auch nicht zurückstürst! Achso! Dass es dann quasi Gehser dich ausschaltet! So schön, dass unser FG eben auch schön die Zaya aufgeladen hat! Okay, schaff's! Das wäre tot, ja! Das Tracer ist jetzt, äh, Reaper anscheinend! Ja, hallo! Viertel Tag! Burn up! Ja! Reaper! Watt spür ich die ganze Zeit! Aber er ist Reaper, muss man dazu sagen! Oh! Oh, die Sniperin nervt! Oh, ich hab anstatt PDR... ...Overwatch... ...PDR Hotz installiert! Heheheheh! Aaaaah! Na, schluss jetzt! Iiiiiiii! Oh, ich spiel gar nicht aus! Hm, das haben sie! Waaah! 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 Hm, das haben sie! Und noch leibig! Oh, jetzt nur ne! Entschuldigung! Jörg. Oh ne, oh ne, ich komm nicht mehr drauf, ich komm nicht mehr drauf, ich komm nicht mehr drauf! Oh, ich bin drauf! Wir waren zwar alle drauf, aber... Ich bin noch drauf, ich bin noch drauf! Ich bin noch drauf, ich bin noch drauf, ich bin noch drauf, ich bin noch drauf! Ich bin immer noch drauf, ich bin immer noch drauf, ich bin immer noch drauf! Ja, die abiert jetzt auch noch leck! Boah, ich bin immer noch drauf! Ja, die Sniperin, die schießt uns gerade N an um alle ab. Nee, die hat noch Ns! Ah ja. Dann muss man sie halt mal angreifen. Ja, wenn wir erstmal kugeln, müssen wir doch auf den Punkt kommen. Also. Ah, fuck! Okay, das war die Sniperin. Hundertprozentig. Die hat richtig gut gespielt. Nö, wir haben sie nicht gekontert. 2 zu 2. Wenn die Widow zu irgendwas kommt, ist keiner drauf gehubst. Na, da wird's okay Widow spielen. Da ist das mit dem Loch. Ja, da wird's okay Widow spielen. Bär Roadhog vielleicht geil. Ja. Scheint dies auch rauszulassen. Aber wenn sie Pharah haben, haben wir nichts zu gerichten. Das sollt ihr. 5, 4, 3, 2, 1, Runde 5. Nehmen sie die Zugung ein. Geht gut ab! Ah. Boah, Bennett. Mein Pum ist doch, wow. Das ist ja eine Pharah. Ja. Bei Brand habe ich mal eine Pumke. Was? Die Jamie Oliver TVH-Pumke oder so. Die ist geil, die habe ich auch. Ich weiß nicht, die hat's da, also du hast dann, glaube ich, 80 Euro, rundher auf 30 Euro. Da habe ich vergesagt, ich bin egal wo, hat sie 50 schneller geguckt und dann für 30 Euro die Pumke. Kein Witz, eine gute Pumke ist einfach alles. Ja. Wie kannst du dich? Wir haben nur Egg-Mutipum. Und wenn du ein Mütter-Gut-Gut-Gut und ich auch was machen wirst, dann kennt sich das nah aus, wenn ich die anderen nennen muss, wo alles drauf backt. Und in unserer Gut-Pum kann ich einfach Flash machen ohne Öl. Ja. 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 Schön die Farahs killen. Der war einfach net. Der war einfach net. Da drehe ich nämlich auf die Farahs. Reaper hinter uns! Reaper hinter uns! Reaper hinter uns! Holy fuck! Der Reaper ist der wichtigste Spiel aller Zeiten. Die haben geswitcht, die haben nur noch elf Farah. Ja, und zwei Soldiers. Vielleicht kann ich noch mal Trank dazu. Ja, mal gucken. Du bist schon aus dem Spawn raus genug. Ja, ja. Ich guck mal, wie es läuft. Immer schön nach vorne. Ich bin schon mal net. Reaper. Ob Reaper bricht der Spiel aller Zeiten oder bricht der Helm aller Zeiten? Bricht der Helm in Kombination mit brichtem Spiel aller Zeiten. Oh fuck. Ist gleich Fanglich gefunden, der Verlore. Farah ist hinter uns! Farah ist hinter uns! Farah ist hinter uns! Kaff's er! Ach Gott, ihr lasst Schatz dann natürlich durch die Haft durch. Und trefft mich. Der hat mir allein auch gehabt, wie du überdacht. Der Trump gehört mir! Eigentum von Rochhagen! Der Trump gehört mir! Eigentum von Rochhagen! Der Trump gehört mir! Der Trump gehört mir! Eigentum von Rochhagen! Ich hab dich im Visier! Ich hab dich im Visier! Pah! Der war eine Scheiß-Punkt drauf! Nee! Ja, aber jedes Mod hieß es. Ich hab dich im Visier! Kann mal 2 in ich ja... Oh ja, dann ab 2! Ich versuche halt jedes Moe, oh ich hab doch Endskat! Ich versuche halt jedes Moe Shade rumzuklippen. Schon wieder! Ja, Weaver jagt mich! Ja, ist egal. Ich halte ihn auf. Ich nehme dieses Anlass hier an! Jawoll! Jetzt gibt's doch noch! Oh Gott, jedes Mal wenn ich vorkomme, zieh ich schon die rote Kreize! Sollte er von der Seite! Ja, hat man schon gesehen. Und da ist auch noch der Reinhard dabei! Irgendwer fliegt doch grad ganz hoch! Oh fuck! Ich hatte er! Jo, du Reaper hat mich! Perfekt! Alter! Die geht so lang! Ich habe noch zwei Win-Sons! Ich habe noch zwei Win-Sons! Die Hans, die Hans! Oh Gott, oh Gott! Ich habe schon die ganze Zeit zwei Win-Sons! Echt? Ja! Bäh? Geht doch gar nichts! Wären wir das sehr gut! Na ja, natürlich! Ich kann das nicht gehen! Warte geht's, nimm mich! Was? He lost his door! He lost his door! He lost his door, ja! Wie, wieso steht's denn der? Weil der so ein Brawl ist! PTR! Naja! He's my... I missed so... Wie Brawl! Äh! Wenn am Angriff zielen! Arbeite zusammen! Ranglicht gespielt! Was? Grau! Jawoll! Aber noch nicht im Live! Wir müssen einfach runterkommen! Nein, einfach runterkommen! Denk ich sagen grad, äh, hast du so viel, dass es uns zwei Win-Sons kam hat! So ist ein Ratzer! So ist ein Punkt! Ach, das hätten sie jetzt ein paar, ja! Der Reaper hat mich 28 Moe im Chaos! 28 Moe?! Jo! Alter, ist ja abartig! Razor hat mich! W-Ups hier! Nee, hopp! Lad's' nicht hoch! Oh oh oh! Ooh, hopp! Ja, Tratzer ist halt... ...einfach sauer OP da am Schluss! Kann ich mal wieder Scheidruflaufe? Jetzt wird's massiv! Rieber von hinten! Ja, das ist zu spät! Jawoll! Boah! Hehehehe! Ja, das gibt ein bisschen Erfahrung, glaub ich. Über Kasse gehen! Über Kasse gehen? Hä? Ja, warum kann ich jetzt das Pokémon herunterladen? Was soll denn das? Aktualisierst du einfach mal die Store? Ja, wie soll man das in der Finale? Du hast noch kein Handyhalter und kein Fahrrad und kein Auto. Ich weiß nicht, wie man eine App aktualisiert. Das geht doch allein. Nicht, wenn du so eingestellt hast. Ja, ich sag gar nicht, ich will euch schon von der Powerbank bezahlt. Äh, 20, glaub ich. Okay. Nein, Moment. 8000 Erfahrungspunkte. Ja, schlecht. Ähm... Dieses, äh... So wäre dieses Outlook, genau. Outlook. Halbes Lammel. Hm. Ich werde nicht auch wieder halbes Lammel. Dieses Hattel ist ein halber. Gedrittelt. Outlook. Okay, guck's gar nicht. Das sind ja eine Pimmelspräckliche Outlook. Ajo. Warum soll ich das drin jetzt sein? Das bin nicht schlapp. Ich kriegte dreifertestes Level. Ich krieg, äh, äh, dritte vor meiner Leichte. Und wahrscheinlich nur wieder, weil ich Heiler war. Ja. Keine Ahnung, also ich hab ungefähr... Ja, ein halbes Level hab ich gekriegt, ja. Ein Platz, wo war's, bitte. Wollt ihr eigentlich weitermachen mit dem Ranglichtspiel, oder... Hä? Wollt ihr weitermachen? Wollt ihr weitermachen? Wollt ihr weitermachen? Ja. Ja. Nein, nein, nein. Ah. The Postleur verkündet, Pokemon Go bald auch für den PC erhältlich. Geht aber nicht rein. Ah, ja. Genau. Postleur, ja. Ja. Geht mir auf. Kann ich auf schneller tricke? Jo, tricke auf. Schneller. Hä? Schneller. Oder... Ferren schneller. Hallo? Ja, ich versteh das nicht. Okay. Was versteh ich nicht? Hallo? Pokemon Go gibt's nicht. Oh. Ähm, ja. Er lehnt doch eklig. Bennat, gibt's das bei dir, ha? Ich weiß nicht. Ich glaub die APK-Drucker hat. Also... Ja. Gedenk noch ganz einfach in Shopping-Gänge. Anker. Bank. Und den ich bei 25 wünsch's geht, ja. Anker. Anker. Doch, ich hab's. Sie heißt Anker. Power. Power. Genau. Core. Auf Amazon, oder? Ja. Aber mit die 20.000... Klick drauf. Genau. 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 Und dieses Pokemon Web ist im... Android Shop drin. Ja. Hier ist ein Google Play Store. Ja. Es ist gelohnt. Da ist nix. Google ist doch eben. Warum auch? Ich schätze dort drauf installiert. Dort drüber installiert, ja. Dreh Pisse. Wer läuft denn mit dem Scheiß? Sabert ich kack. Kann ich nix machen. Pokemon Go. Oh, Mensch wird abgebrochen. Pokemon Go. Niantic Inc. Da ist es. Genau. Geh einfach auf... Im... Im Browser. In Google Chrome. Am Rechner. Geh schon auf play.google.com Da gibst du dann Pokemon Go in. Ja, so hast du's jetzt gemacht, ne? Ja. Ja, super. Zurück zu installieren. Jo, es ist ned a boy. Boah, es ist ned a boy, ja? Mit diesem Gerät nicht kompatibel. Oh! Was? Mit diesem Gerät ist ned kompatibel. Ja, also das S5 ist ned zu unterstützt. Prinzipiell, ja dann. Vielleicht möchtest du nur diese... diese Android-Sat-Update. Ja, so. Ja, so. 502. Das Refinch ist halt auch ned. Jo, es kann ned sinn. Ich brauch schon ein neues Handy. Ich will an dieses... Oh, hopp. Ich will an dieses... Es kann sinn, das ist... Ey, wir haben dir glaube gar ned wieviel Leid bei mir in Facebook auf ehemge... ...gesagt, sie müssen sich wieder neues Handy kaufen. Sie betreten jetzt Panamura. Eich wird eich, ähm... Warten Sie sich bereit zum Angriff. Dann fürs Fahrrad... ...i Halter-Update einfach. Mhm, fahrst jetzt alles auch noch Fahrrad? Ja, und fürs Auto hätte ich mir jetzt die bestellt. Ja, ist alt. Ist doch gar kein Prime-Team mehr. Ist trotzdem nass im Geld, oder? Ah, jo. Ich brauche endlich für Pokémon GO. Ah, von die Lüftung. Ich... Ah, ne. Fünf Euro ist mir zu billig. Da muss ich noch was teurer rumgucken. Okay. Zufassager. Zufassager. Jetzt muss ich da ans Lenkrad schnallen. Oh, Lenkrad? Gibt's das? Ah, jo. Was? Okay, Moment. Auto... Lenkrad... Aber so Ding bräuchte ich ja auch gleich. Alter, Jun. Was brauch'n du so Ding? Ähm... Akadi, du solltest wählen, sonst... Ja. Du, da... Seh' ich das... Das Plus-Produkt war 5,99. Von Havil. Das wär' ich denn genau der Ding. Oh, was? Ich wär' schon der Viertel-Link-Sickert. Ja, Havil, Universal Lenkrad-Telefon. Ja, super, jetzt muss ich nur Bob-Shillen. Hahahaha! Habe ich das bestellen? Hä, was? Um was würdest du nicht gedacht? Ah, ja gut. Ähm... Egal, stornier die Anabstellung. Hahahaha, das dann. Dürfen wir das draumachen? Wenn du dann auch kalt hast, und du hängst die Halterung da drauf. Hahahaha, das ist echt schlimm, oder? Weil du darfst es dir nicht berühren. Das Handy, also warum solltest du das da drauf aus? ohhhh ich hab'n Lady-Capt zu dir. Oh, ich hab'n Lady-Capt zu dir schon. Das ist euch egal, ich muss es dir tun. Hahahaha. Ich hab'n Lady-Capt zu dir schon. Ho, ich hab' tratar mit ihm geholfen, okay, CodexZer. Kait der Scheies right here Ich wollte hier noch fliehen. Bumse um! Der blaue Strahler ist da. Oh, ich war gelatzt! Geil! Ein Geheuler. Ich habe mir Merci und Bumse um den Tod gelegt. Bumse doch! Ich strebs mit. Ich werde damals mal hingedroschen. Hey, ich bin stohlt. Ach, die Wunde der modernen Medizin. Ziel in Sicht! Geht an meiner Pfanne! Nee, hab mich. 5,8 x 6 cm. One plus 3 Maße. Oh, hopp! Oh, da hat er gebufft. Da, wenn sich nur Leid gelatzt hat, da... Bin das nicht, oder? Anja, Aben. Also, ich hab einer. Einer. Das ist Silber. Oh, Silber! Ja, aber ich hab drei. Kommt's da nur auf Kilsa? Na ja. Wenn du dich dann auch wechseln. Ich habe ihn in den Luft. Vitaminspritze gefällig. Also, wenn die Läber guckt man in der Regel nicht auf den Punkt. Ja, ich find's ja toll, dass unser Tank hinten steht. Guck, er steht einfach da. Und guck zu, die mir vorne gelandet wäre. Ja. Die Schäde! Nimm ich gerade ein paar Tablette. Was ist denn noch in der älzere Trink der Nächste? I will do it in the distance. I will do it in the distance. I will do it in the distance. Ähm, hallo? Ja? Ja. Okay, mit dem stimmt was nicht. Ich glaub, er hört auf den Punkt. Immer fest den Ruf! Oh! 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 Nein, sie haben mit der Drohne draus gemacht. Oh. Nimm schon, war die GPS-Faker. Fertig. Ja. Und du meinst, du hätt ich auch so vor der Drohne. GPS-Faker? Ey Leute! Ja. Ich kann das grad gar ned handen. Dieses Dumbgeschwätz do bei dem Rangenlichterspiel. Sorry. Das ist kein Dumbgeschwätz, ich glaube, es genau also nicht. GPS-Faker sind interessant. Mensch, du wärst gebannt oder? So, ne? Pokémon. Was ist denn mit der Scheiß, was ist denn nun? Ähm, ihr losen euch zwar gewaltig, ihr könnt das nicht? Ja. Mit der Scheiß Genji-Latze. Der hackt so. Mir stirbt keiner weg! Nein, noch 1 Minute, muss ich leider wechseln. Das kann mir nicht vorsehen. Ich hab einfach 3 Games gemacht und es ist immer noch Gold. Oh Leck. Der Genji hackt so, das will ich nie. Stopp! Oh, das ist unfair, was es gibt. Was ist denn mit der dumme Russischlampe? Wenn sie tot sind, werden sie beleidigt und ein Schussstuff, kann man ja immer noch das Portal haben. Ist sie nie tot? Gegnerisches Geschuss! Stopp! 10 Sekunden! Ihr solltet mal auf die Uhr schauen! Ich weiß, wie es ist. Oh! Runde 1 Abgeschlossen Seitenwechsel Punktestand 0 zu 0 Seitenwechsel Ende Beziehen Sie Verteidigungsstellung Oh Mann! Dass ich wieder hin stelle! Okay Mann! Ich wache über dich! Mal sehen, wie viel heute danke! Der Meister des Shima Dakhlans ist zurückgekehrt! Ich päpel dich wieder auf! Unterstützung ist da! Angreifer in 30 Sekunden erwartet! Na du auch nicht mehr! Sie sind anscheinend kein Tag gealtert, seitdem Sie das letzte Mal gesehen haben. An dir kommt keiner vor Barm! Lass uns das loslegen! Lass uns das loslegen! Lass uns das loslegen! Wo bist du denn? Jaa, aber da stellt sich mir jetzt die Frage, wenn der das an die Drohnen gebaut hat. Ja. Da kann er den Ball gerne werfen. Ehhhh, doch der hat das irgendwie... Dann sei sein Handybildschirm daheim auf dem Computer gehabt! Guck mal, wo unser Reinert ist! Ja! Deswegen mach ich gleich so, wenn du von dir schwingst die Mauer hoch! Ich bin jetzt mal kämpfen bis der Arzt kommt! Ohhhh... Alter, ich hab gerade der Ball nicht gehackt! Drei genutzt! Aua! Ich hab auch die Farrah! Ich hab jetzt gerade Pokémon Go! Pokémon Go! EBS-Faker! Der erste! Ähh... Hit! Hiss! Pokémon Go! Illegale PC-Netzes! Ich hab das Spiel gesagt! Mit Emulatoren und Fake-GBS! Nimmsehe! Ich bin da! Weitere! Weitere! Ich bin da! Gott, Mann! Sieheu! Sieheu! Das ist doch niche! Ein GUSH-Sein! Ich bin da! Ja, ich bin da! Ich bin da! Und rein Sieheu! V100-GENJI auch! Dr. BOG hackt! Sieheu! Nein, der Genji hackt ihn zwar auch baratig! so funktioniert es hm, ich hab ihn ah ne, jetzt kommt er auf da war es die Genji drum oh, der Aff kommt Aff ist beruhig in die Behandlung ah, das ist da drüben wo ist denn der? der auflatscht mich, der auflatscht mich, der auflatscht mich, der auflatscht mich hm scheiß, Genjis trifft oh, da kommt gleich noch oh, oh, oh ehkzu hab mir ja rift rift wirst du jetzt aufmachen ich weiß nicht nicht mehr rift Oh, made a rift Soba, rift Riften! Das ist es! Oh, der! Oh, hopp! Riesern! Oh, ich hab den Genji, der D-Gift, tschüss! Die ist doch noch drin Beiden noch drin Aua! Die Schlamm! So, dann noch die Mauer hin Danke Oh, der Affe Der Affe! Der Affe Der Affe Der Affe Der Affe Der Affe Der rennt als Fulmin Was? Der Genji, der Hacker ist doch Der Affe Der Affe Der Affe Der Affe Niveau Niveau Machen Sie sich bereit zum Angriff Der Tod ist Unter euch Halt Stehenbleiben Die Sahne So wer springt Der springer Verbindung aktiv Angriffsphase beginnt In 30 Sekunden Hm Halt nicht Hey Ich bin kein Psychopath Ich bin ein hocheffizienter Psychopath Ich bin kein 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 Boah Kann das schon Nee Wieso ist der Die letzten Seeds Mo Alle Ich nehme den Punkt 1, benötige Unterstützung Und da fängt er mal am Rimm Ich bin bereit Geil Noch 10 Sekunden Ich halte sie Witz Dengen Hör ich oder was? Du trägst einfach Shift und dann rechts klicken, dann ist es tot Wir sind Locker, Crash! Ach, kommt jetzt auch mit 300 HP rum Ich merke schon, im Attack ist es immer gut Es haben wir halt noch nicht Ammo gepackt Ich auch nicht Jupp Boah Vorhin war es genauso Aber das durfte man dann nochmal verteidigen Ja, dann hat er gewonnen, das macht Sinn Ja, aber wie schon gesagt, wenn halt A dann rein hat Sich hinter uns stellt Und Schild hoch macht Oder nicht nur Schild hoch macht Bringt es halt auch nichts Ja, du wärst schwul hinaus Oh! Ja, du wärst schwul hinaus Ähm Ja, ich würd Hm? Guten Tag! Nein Äh, ja Meister Also Mir wär noch nichts hingefallen, Vermäuer Vermäuer Hätt doch so einen Link gepostet Moment Oh, warum muss ich jetzt entscheiden? Hä? Wer votet damit einfach? Sorry, ich konnte fast nicht verkneifen Oh Oh Oh, ja Aha Na ja, wenn du 5 Leute votet müssen wir jetzt 5 spielen Jo Wo ist der 5te Mann? Ich kann euch genau sagen, wer was gevotet hat Ich hab gesagt, Bownie hat gesagt, K-Ranked Obuturadi hat gesagt, K-Ranked Asgardi hat gesagt, Ranked Naf hat gesagt, Ranked Ich hab gesagt, K-Ranked Jetzt wär falsch Aber nur weil ich nicht drin bin im Moment Ja, ich hab's Hahaha Mir ist es grubst wie gehickelt Warum gibst du K-Ranked Keine Option? Ja, du bist irgendwie gar nicht drin Ja Versteh ich jetzt nicht Ich such grad Essen Im Internet Nö, du hast schon Ich hab schon Essen, aber ich such noch anderes Essen Man sucht im Internet Kein Essen Ja Bitte Entschuldigung Danke Guten Tag Hallo Hallo Ja, was machen wir jetzt? Einfach drauf drücken Mir ist egal was gebatscht wird Hauptsache es ist RANKED Oh Okay Der hat zu spät Jetzt ist dieses RANKED Aktiviert Macht ja auch kein Sinn Ben hat da recht Er tänzt du und immer kriegt die komische RANKED Punkte Um sich die goldene Waffe zu holen Das brauchen wir Und alles andere ist scheißegal Verliert man halt zehnmal Dann ist man halt wieder fertig Dann gewidmet man wieder zehnmal Dann ist es wieder 50 Weiß ich auch Hauptsache Batschen Ah, ja Mein Nachbar hat grad geklingelt Das Pack schon hätte er angekommen Mh Mach ich grad auf Er ist terminiert Ja, so wird diese Powerbank Geht dann mal ins Packdown Was machst du? Nice Ich stehe jetzt Ich stehe jetzt einen Streck da Ne Warum würdest du mitgehen? Eisweier, den ich wahrscheinlich mitgehe Weil ich müsste erstmal Handy noch laden Das stimmt wieder eigentlich nicht Ah ja komm Dann darf man es noch auf Eisweier Go ist so ab, aber ich kacke Was? Ja ist denn Was ist kacke? Ey, Pokémon GO Ne? Oba ne Patch them all Gar nicht patch them all Du kannst nix machen außer vorne Wir laufen zusammen an den Punkten Ne, das stimmt nicht Du kannst mittlerweile kämpfen Da gibt's Arena Ja Wenn du Arena-Meisterwerke kannst Wenn du das beste Pokémon hast Gewinnsch geht dann Arena leider Okay Was man gewinnt wenn man das letzte Pokémon hat Da ist Arena, dann gehst du hin Dann kämpfst du dir nicht Wenn du gewinnsch bist du die Arena leider Das steht da Kämpfst im Sinne von Ja, du merkst nicht nur, dass du gehen und kämpfst Mach ich eigentlich Ja, ihr merkt es nicht Okay Okay Geil Und? Du kannst Eier haben? Und die kannst du ausbrühen Ah, ich hab's gleich Ich hab's gleich Was? Wenn ich, hä? Wenn ich so und so viele Kilometer laf, dann explodieren meine Eier Ich glaub ich, dass wir waren auf meinem Gehirn Genau, wo das Handy hundschnackt Das ist Nice, hier Wenn nämlich Plastik tut und hängst an der Hund drauf, wenn ich Das Handy hundschnackt Das ist einfach Du machst es ganz einfach so, wie ich es gemacht habe Das sind die Halterung für's Fahrrad Die PS-Felker, das ist es Die PS-Felker, das ist es Okay So wärst du schon einmal gebannt, vielleicht? Nein So was mach ich nicht Wenn der Narb so fertig gesagt Was ist dann? Naja, dann gehen wir noch an der A2 1 Wie gesagt, ich müsste mal in Erinnerung grad Das hat im Moment 1% Da ist es gerade noch Exportieren Sie ihr Pracht, die wir uns hier Nein Hat die Powerbank, doch, ich bring sie mit Und den ich eigentlich erst sehr gerne mitgehen Pokémon-Pokémon-Pokémon-Pokémon-Pokémon-Pokémon Ja, hallo Ja, hallo Ja, hallo Benno Benno Womit die Pokémon kommen? Komm schon an der Eisweier Genau, bist du ein guter Pokémon-Pokémon-Pokémon? Benno, hallo Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Pokémon Alter Okay, sagt mir jetzt nix aktuell oder? Ja Wie ist es? Ich glaube wir machen damit die Lötkörper Gibt mir rein Pokémon GO oder was ist es das? Das ist jetzt oder was? Naja, das ist aber scheiße Herr, wir brauchen auch noch was zu essen Okay Essen Gibt's da Pokémon oder? Ja Gibt's da Pokémon oder? Gibt's da Pokémon oder? Gibt's da Pokémon oder? Ja Gibt's da Pokémon oder? Lgrund für den Schlaf Mhm Okay Aber erstmal, wenn ich weiß, lass mir Moje essen Hast du Moje überhaupt frei? Kannst du in die APG? Äh Ich kann Moje in die APG, das ist toll Das ist gut Ey, wenn du an deinem Eis warst, könnte man das besprechen Was man da Alter, dann lade ich jetzt Moje Mein Handy auf Ja, gut Genau So, halb Stunden lass ich's Moje aufladen Guck mal wie weit's ist Kein Problem, wenn's noch nicht so weit ist Die Powerbank hab ich schon Mach's Moje grad dran Der ist der Typ Fallen Alter Alter Danke für die Idee The Pokémon Go Da Phokomon Go in, Push Metal und Zen Ja Ja, Push Metal Du geht's ab, ja! Das war ein Spasschen, oder? Es ist doch nicht so, dass du das nicht installieren kannst. Oh, come on, go! Ja. Aber legt, das geht's doch nicht. Warum? Da war noch ein Eismeier Benno. Oh mein Gott! Ich würde so gerne mitgehen, Pokémon-Songer, aber mein Handy kann es nutzen. Oh, ich kann es nutzen. Oh, du musst dir die dicke alle PC verschen. Da darf man schon mitgehen. Mit dem PC. Mit dem PC, ja. Nehmt du einfach ein Netbook mit? Ach, warum der Eisweier im Netbook? Ja, der Witz ist, dass mein Tablet-Camp ist installiert. Oh, stimmt's, ja. Ja, wieso geht das von deinem Handy noch gar nicht? Ah, das ist doch so ein Mini. Hat das vielleicht sogar nicht Power, oder was? Ja. Jetzt ist er S5 Mini. Ja, aber das... Ich bin kein Auto. Währends mal nutz'n muss oder lei. Dass ich einfach sag'n. Okay, Okta-Core. Viel Spaß. Ey, Okta-Core. Du meinst hat der Okta-Core. Hattest was mit dem Okta-Core? Juh. Okta-Core. Schon mal weit. Okta-Core. Oh meinst, hat der Okta-Core. Hattest was mit dem Okta-Core? Okta-Core. Wir haben zwei Reimer, das ist der Reaper. Hast du schon deinen Anfangs-Pokémon gefangen? Du weißt, Bernard, du weißt. Bei der Glomander. Mit einem Trick kann schon einer Pikachu kommen. Welcher Pikachu? Pikachu ist wohl. Aber auch nicht. Schabbat Glomander. Jeder normale Mensch hat einen Glomander. Jo, ich auch. Ich glaub ich nehm eine Pisa-Sahn. Pisa-Sahn ist... Ja doch, Pisa-Sahn ist ein Zweitkulscher. Pisa-Sahn ist wieder eine 3, am Anfang ist jetzt Kulscher. Pisa-Sahn ist wieder eine 3, am Anfang ist jetzt Kulscher. Man kann auch. Ich hab keine von einem Glück, dass wir das stimmen. Wenn du, äh, Kens komplett nennst, ne? Und 5 Mal rauslappst und der Wind auf dem Stadtpunkt, dann ist das zuhören oder so. Ja, da ist das zuhören oder so. Pisa-Sahn-Sahn-Sahn-Sahn. Oh, was ist denn ich hierzu so nett? Muss ich da jetzt hinlaufen, oder was? Ja, du musst physikalisch einfach hinlaufen. Du musst aufstehen und da hinlaufen, ja. Ja, wo muss ich jetzt hinlaufen, damit ich das Pikachu kriege? Ja, du musst drauf tippen. Nee, du musst aus der Reichweite laufen, also du musst aus dem Haus laufen. Das glaube ich nicht. Doch, du musst weg vom Glumanda laufen, doch. Und das Glumanda steht gerade in deinem Haus. Oder in der Wohnung, oder was? Also bei mir hat es Glumanda und Bettel. Wie heißt das Wasserding? Piggy. Das steht direkt in Ordnung. Wir haben einfach drei Väter und die kriegen sie nicht los. Werner drunter die C-Shop gehen raus. Ganz schön verrücktes Spiel, ich fände es. Du bist ganz schön kacke. Bisazaa! 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 Ich hab so Lust spazieren zu gehen! Bisazaa! 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 Im Prospeii! Bisazaa! Dnndh�. Bitkeh?! Jaa! Besatiten geklappt! Bisazaa! Bisazaa! usak! Bisazaa! Bitah dei Shopli! Dispensaa! Is50! Das Kattel Ja sagt, Freuer mit Schäpli Nein Ich sehe jetzt nichts Schäpli-mäßiges Nein Schade eigentlich 5, 4, 3, 2, 1 Anleiter nähern sich Halten Sie die Fahrt auf Die ist echt heiß, die Alp Christine, Unerwäschebilder, Gelb Ich bin diese Olivia Will das so ganz heiß Ach, guck mal, wenn es dann halt so noch die Brille hat und so, ne? Okay Aaaaah Die Fahrt weg, da ja Das wär ein Nice-Bug Das wär ein Nice-Bug Uhhh Uhhh Aaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Ne, die Fahrrad hat noch eins, wo ist sie? Haube Haube Wie geil Auf der Eiligung Nichts, Farrah. Kannst du auch? Farrah hast du mich selbst kriegst nicht hoch. Das ist so ein Typ auf dem Foto. Kann doch nicht sehen. Farrah schießt irgendwo links, dann fließt noch rechts, dann schießt er noch rechts und ich bin da. Aua. Aua. Ich schreib immer Amol, aber es lag nicht, dass du wieder voll gehalten hast. Ja, du hast halt da ziemlich kack geholt. Ich hab das halt sehr witzig überflogen, ich hab nicht der ganze Scheiß gelesen, dass es nämlich Double Reaper Action gibt. Ich dich. Okay. Ja, was machen wir jetzt bei uns? Skellow. Skellow gibt's noch. Und dann Hutz? Achso. Ja. Hutz. Was? Was, Rutz? Warum genau? Oh, die Feuer, das geht so wieder. Ach, wie bin ich denn jetzt der Wegstab? Na ja, auf keinen Fall auch gerade. Auf ein Wiedersehen in Valhalla. Aua. 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 Aus den Schatten... Aus den Schatten... Aus den Schatten... ... ... Achso... ... ... ... ... Oh jetzt macht er etwas auch... Mir stirbt keiner wenn! Die Helmkeit fällt auf! Pokémon! Versuchen wir das noch mal! Komm, schnapp, CD! Das war's für heute. Die letzten noch nur die Mercy Oh du, ich sehe schon wieder die Ferra Pow 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 Come next, mach ich gar nichts Ich kann nicht hinweg so Wenn ihr Gary bei der Leser rumhaut So, bei mir war keiner Wechsler Ich hab zwei Leute ein Video Bei mir ist alles Gold Alles Ja, okay Nein, vergleicht nur die Heilung ist nicht Gold Nö Noch 60 Sekunden Nicht heilen Nicht heilen Auf jeden Fall Jetzt nicht heilen Aua Der hat noch eine Alter Hoppe Wenn die nicht Das kann ich hin Die werden im Unabbruch geheilt Die Stripze Ammo Stripze Ammo Stripze Ammo Stripze Ammo Fertig Gewonnen Krise Ammo Aua Dieser Steinen 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 Ne Vierer! Gebet damit des Schweine! Na, warum fahrt'sen? Bin ja mal nett. Du stehst euch da? Ja, ich hab 3, jetzt wunderschau' okay. Uua! Hassos! Ja! Okay, bei Grund haben wir den dort. Ey Glück bin ich jetzt tot, wenn ihr dann da sind. Ich hoffe sie fahren durch, dann ist es nicht noch mal rund Oh, der A5 ist durch mich kaputt Oh, es ist nicht verwerfen Niederlage Highlights des Matches Auf ein Wiedersehen in Valhalla Feuer frei Wow Wow Oh, Alter, wie viel haben die du jetzt gerade verloren? Sag wie, weil die Gegner so abartig scheiße waren Also ungelobt, das ist bei mir fast der ganze Level Oh ja Geil, dann machst du nichts Richtig würfert sich Wie gehe ich noch an keinen Arm-Cut? Leichter, wenn wir ihn nicht finden Sag, Barony Ja? Du bist aus Versehen raus Das kann mir passieren, kein Problem Ja, ist... Ich komme gerade wieder rein Okay Okay Die Pokémon warten auf mich Mhm, mhm Pokémon Ja, genau Ja, die Pokémon müssen noch ein bisschen warten, bis mein Handy aufgeladen ist Ich habe jetzt übrigens so ein Kindle Kindle? Ja Machst du mit deinem Kindle? Ich weiß nicht Es war billig Wela? Hat mir keine Sparer Geschehen Wela? 69 Euro Ich würd gern mal ein bisschen wie viele Pakete Aber so ein Geschirr verschickt Alter Alä Ich hab 200 Knaller rausgepresst Der Michael hat 300 Knaller rausgepresst Jeder der MTS hat so irgendwas rausgepresst Ja, ja, ja Fast jeder Mensch auf der Welt hat's rausgepresst Also zwei Pakete hätten die Geschirr verschickt, glaub ich Wie viel hat denn der Flockbett gekauft? Hehehehehe Äh, hallo Geschen ist zum ersten Mal wieder der Satzgefall Finanziell müsste ich jetzt ruiniert sein Dafür gut Sachen waren doch gar nicht dabei Seitdem er geabst hat Also Ich denke er hat's jetzt dann nochmal rausgepresst, ne? Es war nicht so gutes dabei Wie gesagt, Kindle Paperwhite 69 Euro finde ich ein perfekter Preis dann, ne? Ja Es ist Du Mensch, du kannst mal unsignierte EPUBs draufmachen Das kennt man nicht Das hat mir jetzt auch nix, ne? Ja, das ist quasi lustlos Oder du ziehst du den Kaffee Hm Das ist nicht Geht das nicht, oder was? Ja Okay Geht nicht Es ist wie ihr iPod Äh, oder Äh, äh iPhone, bis er gesagt hat Also die Das müsste ja dann Eselpisse sein Mhm, ja Genau Aber man kann ja PDFs lesen, oder? Kann man ja PDFs lesen PDF? Was ist? Piepse, hä? Hahahaha Äh, Bernhard wollte das wissen Schick's nicht zurück, kaufst du auch Kobo, läuft alles drauf Kobo sagt mir jetzt auch nix, ne? Bei Bernhard, piepse wird's nicht Hm, okay Pokémon GO Oh, 3,8er Bewertung Ja, okay Installieren Buh Aber nicht, dass ich da an der Eisweier komm und du hast keiner da Hahahaha Alter, krass Der Narf ist noch nicht bereit Kindle steht da Kobo, ja Kindle Ja Na, aus mit dem Geld Ah, hallo Wir suchen nicht, oder? Mhm Hallo Ja, Dej, vielleicht dann doch mal drauf zum Gedanken Ich wolle dem Team Rocket beitreten Ne Das ist jetzt Trickst du dann vielleicht mal aufs Suchen, danke? Ja, Bernhard, trick doch mal aufs Suchen Mhm Ja, perfekt dann, ja Ja Dein Nerd Dein Nerd Ich bin's Ja Wieso bin ich jetzt plötzlich tot, oder? Hallo? Was? Angriff Angriff bei Li Zhang Tower Machen Sie sich bereit zum Angriff Oh, jetzt muss ich ja schnell, äh... Jaaah Nee! Ohhhh! Ohhhh! Was geht denn doch mal? Das ist auf dem PDR, das kommt erst nächste Woche online. Nächsten Mittwoch wird das nämlich passieren. Und was ist das? Nächsten Mittwoch. Oh, Entschuldigung, ich darf dich davon noch gar nicht verraten. Nächsten Mittwoch. Entschuldigung. Bist du das wohl Mitarbeiter oder? Entwickler? Entschuldigung. Entschuldigung. Entwickler-Team. Ich bin quasi Social Media zuständig, ja. Oh, da muss man jetzt sein Geburtsdauer geben. Warum kannst du das doch spielen? Ich hab's jetzt aufs Tablet. Bernhard, Bernhard, mach's besser, nicht? Du suchst... Bernhard, mach's besser, nicht? Please, we need a healer, hello, 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 healer! Der Eisweier ist gekommen. Ja. Ich wache über dich. Bernhard, ja, hast du dir ein Recht. Na, das ist der? Ja, ich bin direkt aus dem Chat gegangen. Warum hast du es dann gemacht? Nein, ich hab's dann gerade zu letten mitgekommen. Wie ist das so kacke? Hat keiner Heiler genommen? Ach so. Hat den mal erklärt. Hat den mal erklärt. Hat den mal erklärt. Doch, da hab ich so! Ah! Wie ist denn alle andere da ausgegraben? Und da? Entschuldigung, vor allem auf deren Map? Oh ja, so. So. Ei, wie warm is'n draus? Die Hand 2 Reaper, was willst du denn da machen? Wenn da Marfgangspunkt steht, nein. O ja, wie warm is'n draus? ich habe 20,2 Grad ich bin mit 20,5 Bernhard, da hätte ich mich vielleicht mal healen oh ja, super, perfekt ich bin drauf, ja, aber der heal, wenn er will ich bin ich glaube, du bist sicher late drin gestanden hey, kill is gold frecht mich so hoch, kann doch nicht so kacke sind der Tod ist unter euch unser, können you change, na ja, ok ah, jetzt haben wir wieder Kale Healer, mehr, kann das hin? die kriegen doch nichts tot aber zwischendurch, ok mach dich nur stärker pokémon ok eischen eischen punkt der stand 0 zu 1 k k k k k k Das war's ja. Ja, das hätte ich jetzt aufgeladen, gell? Ja, da sind doch die Wüste, oder? Hallo? Ja, fuck, da war überhaupt ein Wüste da. Geht an meiner Position in Stellung. Muss ich hingehen? Kunde kommt dabei einer. Jetzt ist er dort. Ich habe den Arm geschlagen. Schaut mir die Augen durch. Ich bin in der Position. Komm, dann schil auf This. Schau sich das mal an. komm hin jetzt wird's massiv stirr 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 die rache wird mein sein doppel kill ja wie sieht das jetzt aus mit diesem Eisweier ich kenne nur 13 wieviel Minute? 5 krass wohnstehe in bester Lage oder? naja ich bin ja in NRA Minute jo ich bin ja in NRA Minute ja hinten am klub in Gang oder? ja 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 web ja ja m adher tut schau hit na ja Punkt, der Stand? 0 zu 2. Schaut auf dieses Thema. Das wird doch ein Spaziergang für uns. Hanzo, stets zu dritts. Da muss ich mir mal Hanzo jetzt. Ich hab 4 Gold, ich hab 2 Gold. Ja, du bist so kacke, dass ich nicht mehr weiß, dass man die gleiche runter... Und wir finden die Potschrift für die gleiche. Der Zielpunkt ist jetzt aktiv. Der Ziel in sich. Geh an meiner Position in Stellung. Benu, du f***ing... Ich würde f*** deine Mutter so hart. Ich bin hier. 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 Au! Lass! Das ist einfach Duell der Reaper. Spire der Reaper von deinen Brennern und unser ein der Reaper brennt auch nicht mehr dazu. Zander ist Aria, aber... Noch hinter dir bei einer... Aria. Aria schilderte Reaper kann man nichts machen. Aua, ich bin dann schon zum zehnten Mal vom Reaper gelatzt, ja. Was ich tue? Die Verlatsdämmel, die Verlatsdämmel, die Verlatsdämmel. Versteh ich nicht, was er da witzig ist. Weil Reaper der Unfürchterheld aller Zeiten ist. Das machen wir nicht da. Nicht. So. Okay. Was ist'n... Alter... Oh, Buh. Oh, Bannert hat plötzlich Golden Kills. Wow, Bannert. Ich hab' Golden Kills. Oh. Ich hab' Golden Kills. Ich hab' Bannert... Bannert Silber. Ich hab' Golden Kills. Ich hab' Golden Kills. Cool ich. Genau. Das geht hier mal, Bannert! Ich hab' 26 kills, über der Stor. Und wenn ich auch Gold hab', hab' ich genauso privilege. Cool ich. Ja. Bannert, was ist'n...? Zander Bannert hat, kein Spaß mehr am Spielen. Also ich glaube, da hinten ist ein Lampster. Ihr sah nicht, wie es genau ist Viki-Auto geht. Oh, keiner will der Viki-Auto sehen. Ja, sicher. Mal sparen. Oh! Alter, sie haben mich gemerkt. Was ist denn jetzt passiert? Werner? Oh, ne Exa, ne, ich hab noch was hier. Ah, nie gleich gestanden. Flowkiller94. Auf geht aber keiner, oder? Nein. Oh, deine Huren. Wie geht's? Oh, deine Huren. Verfluchter Deutsche. Tja. Oh! Und da ist wieder der Halber, der will weg. Aber macht nix. Die sind witzig. Beine Anträge drauf. Ja, ähm, hm. Zahra Wafzig hat gebürzt. Woher kenn ich'n die noch? Ähm, hat die nicht nur Matschspunk gepumst? Zahra Wafzig sagt nix. Kann sein. Ist das scheiße? Ah. Ist sie dir hässlich aus? Bin ich nötig? Äh, eigentlich net. Dann net. Normal. Aber doch, ich bin ja. Weil da steht, dass die halt gebürzt hat. Woher kenn ich die? Ich kenn die welche dir. Bis von mir? Ja. Dann gehst du sofort auf zu mir. Wer kenn ich'n die? Oh. Mal. 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 Nh��은ce wäre regelmäßig leider raus. Quem? Darf ich kenn' die, die Matsch ist immer geknattert hat? Was man geknattert hat? Was man geknattert hat? Das halte ich für absolut unrealistisch. Matsch, das knattert doch mit! Ha ha ha! Bernhard! Machen Sie sich bereit zum Angreifen. Ah, ich muss einen neuen Hotz gehen, ob die mein Geld wollen. Das ist das Gescheites beim Gul'dan dabei. Das ist immer gut. Hm. Also die Sparpakete. Da ist nix drin, was ich nicht hab. Haha. Oh, okay. Was ist das? Was drittes? Oh, zwei Rewards. Der Fug. Give the Void Portrait. 2016 Portrait. Hopp. Oh, da hat kein Mound. Warum ist da kein Mound dabei? Oh. In die Nase ist kein Mound dabei. Ich mach das alleine, wenn's sein muss. Warum hat der... Der hat wohl gedenkt, der übt jetzt mal die Löterin. Oh, haupt sie haben Delicambo. Was ist gut? Gehe die Körper? Ich verstehe die Frage nun. Mensch, was gut ist, gehe Double Reaper. Double Reaper. Double Reaper. Okay, Double Reaper ist Double Reaper Perfekt. Hey, die Ferroth liegt herum. Wird geheilt. Ich bin Stress am Ballern. Wird sie tot. Wird sie sofort gelebt. Alle haben wir nicht. Haben wir drei Eile? Ja, haben wir. Ja, haben wir. Wird sie verhindert. Oh, die Tratze. Alter. Die Löterin hat sie. Oh, shit. Ich hab' die Fäuble in die Luft geflogen. Oh, hab' die Fäuble in die Luft geflogen. Oh, hab' die Fäuble in die Luft geflogen. Oh, hab' die Fäuble in die Luft geflogen. Da hinten steht ein Fäuble. Ja, hinten steht ein Fäuble, der im Start von Senatopion. Gern, schnell. Oh, schade. Mach' da. Der macht das so vertato wie der McQui, ne? Glaub ich. Macht so vertato wie der McQui. Links klick. Na, der links klick für McQui. Macht 70. Der kann nicht. Der Bot mit ihm zu platzen. Äh, kann man nicht. Ich glaub' der Bot hat 200 HP. Ja, Bot hat immer nicht 200 HP. Okay, die macht dann 140 von McQui. Oh, die Farrah. Das ist eure gerechte Strafe. Das ist Farrah. Das ist Farrah. Wollen wir gar nicht was holen. Das wäre Farrah. Das ist für mich. Haha. Die Farrah. Punkt. Wuhu. Wir müssen da. Wir müssen da. Irgendwas. Irgendwas. Schütz. Ah. Oh. 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 gehen wir gerade viele mehr haben. Ah. Ah! immer durch Wo genau ist der Kirm? Genau ist es immer great Oh, kein witz, gebufft die Ferrer, die schießt die Ammo Dann geht er auf die Mercy zusammen und reagiert sich nicht auf die Erde Die flieht Ranaud? Die Mercy fliegt der Ranaud? Trifst du dann genauso wie die Ferrer? Jetzt gibt es eine Abführung! Die Stände hat geschlagen Die Stände hat geschlagen Du schnitt vorneweg! Okay Okay Das ist eure gerechte Das ist eure gerechte Diesmal bringe ich's zu Ende. Erste Runde für uns. Punktestand 1 zu 0. 5, 4, 3, 2, 1, Runde 2, nehmen Sie die Zielgruppe ein. Was ist denn mit dir passiert? Das sehe ich auch noch gern in den Park. Da kommen Sie! Schutze an der Eiswache! Der Zielgruppe ist jetzt aktiv. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Ich kümmere mich um den Punkt. Ich hoffe, da bleibt keiner in Mastow. Ich hoffe, da bleibt keiner in Mastow. Ich hoffe, da bleibt keiner in Mastow. Nein! Ich bin nicht mehr in Mastow. 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 Na ja! Na ja! Oh shit, die ist wieder! Oh shit! Aus den Schatten! Ooooooh! Mir stirbt keiner weg! Die Stunde hat geschlagen Die Stunde hat geschlagen Die Stunde hat geschlagen Die Stunde hat geschlagen Ryo-Ryo Rauf der Punkt! Rauf, rauf, rauf! Ruuuuch! Alla, ist das eine Eselpisse, das gerät Das war wirklich so schlecht Will ich gerät'n? Das Kind? Danke Slack Ja natürlich Weißt du was da drin ist? Seid gut halt aber Dann seid ihr jetzt besser 5 4 3 2 2 1 Runde 3 Nehmen Sie den Zielkampf ein Das ist halt wirklich... Ich weiss nicht Ich hab ja auch gekennst Obwohl ich so viel lese Am Zug und so weiter 2 3 2 3 2 3 3 2 3 5 5 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 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 6 6 6 7 7 6 7 7 7 8 9 10 10 10 11 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 22 15 16 16 19 18 19 20 20 20 21 20 21 Ich bin weder der Gute noch der Böse, aber ich bin sicher, ich bin der Nuss. Der Körse verschlebt euch! Kein Führer. Jaa, dann geht's da nahe, kein Problem. Oh, das ist nix. Das ist nix. Das ist nix. Hier haben wir auch. Ja. Ja, warum muss ich da nicht mit? Pack das Auto nicht, oder? Okay. Ja. 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 Dann. Ich geh aber davor aus dem paar Triebegläser. Weil wenn ich das wissen. Ja, und was bringt dann Schiefe, bitte? Wenn's der A-Lasser wäre, würde sie gar nicht mehr A-G. Okay. Ja, das verdient was Riesen. Okay. Okay. So, Alarm rankommt er. Ich habe verstanden. Jo, alles klar. Bis gleich mit ihm. Jo, bis gleich. Tschüss. Ich bin auf dem Schuss. Ich werde das nicht aufmachen. Lass nicht auf das rankelle. Ja, danke. Ja, genau. Tida! Ja. Aua! Oh, das verpickt Farah. Ja, wie sehr mehrere, nennen wir eine. Die Gutsfahrt ist, ah, lieber hat genug. Geschützt im Einsatzbereich! Oh. Nice. Wow. Oh ne, oh. Tz. Ähhhhh. Dann, wenn wir jetzt noch die Aschlebe gehen, jetzt hab ich doch noch geübt, ja. Jo. Das geht so. Aschle ist geirrt, ah, alle. Ja, wenn alles gehört. Also, ich bin überrascht, die letzten nicht fast am Standpunkt. Farah, das ist kein Sinn. Das war das, meine Damen und Herren. Das war das, meine Damen und Herren. Bein Mann springt, er war nach vorne herum. Habt, hatten wir's wieder gesehen. Ja, wir sind gewinnig, ich muss gleich gehen. Hm. Die Stunde hat geschlafen. Oh. Punktestand 2 zu 2. Die Kugel ist in der Nähe. Die Augen sind in der Nähe. Die Kugel ist in der Nähe. Die Kugel ist in der Nähe. 4, 3, 2, 1, Runde 5. Nehmen Sie den Ziehpunkt ein. Das ist das Ende. Mehr. Nicht so weit, Benaz. Kommt nicht noch. Ah, fuck. Das ist das Ende. Nicht so weit, Benaz. Hey, fuck. Ich bin auf dem Verkehr gestohlen. Ei. Ich bin auf dem Verkehr gestohlen. 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 Jo! Macht Spaß Wenn du fertig Kills oder? Und nix Ich hab auch den Heal nervös Ich hab auch den Längerer Du bist nicht der Rund Ich hab den Längerer Stimme, stimme, stimme Stimme Guck Ja, ich geh dann mal aus der Autoschiebe. Genau. Ich bin bereit. Ist das nett? Ich bin bereit.